Mitten in der Nacht Wenn niemand mehr wacht, wird es plötzlich hell im Stall. Die Gans zündet dann die Weihnachtskerzen an und dann hört man Musik überall. Die Tiere warten dann auf den Weihnachtsmann. Und sie üben noch einmal ihr Weihnachtslied. Und dann klopft's an die Tür und dann pocht's an die Tür. Und der Hahn dirigiert dann das eingeübte Lied. Und die Tiere schauen heraus, denn draußen vor dem Haus steht ein großer Sack vom Weihnachtsmann. Ein Wollknäuel für die Katz und ein Knochen für den Hund. Und jeder ist glücklich und singt so gut er kann. Was ist das? 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 Wer sind die��들 ausge遊戲? Was ist das? Ums an den Hand, würde ich500 Minuten Pause Was ist das? Danke.